Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GoldenBuddy's Personal Training. Heute aus meinem Home-Workout-Zimmer. Wir haben das ein wenig umgewandelt. So sieht es jetzt aus und ich bin gespannt. Folgendermassen, was ich heute für euch vorbereitet habe, ist 30 Minuten Training. Recht gib ihm und ich habe es genannt Basic Fire, denn es sind eigentlich Basic-Übungen und zwar drei. Einmal Squats, sogenannte Kniebüge, Crunches, sogenannte Bauchübungen. Wir machen diese drei Mal immer auf eine andere Variante. Das machen wir insgesamt 15 Mal für 40 Sekunden mit 20 Sekunden Pause. Und dann machen wir nochmal das Ganze von vorne, dass sie richtig durch sind. Okay? Ich glaube, diese Bauchübungen wird mir wahrscheinlich noch in den Sinn kommen, im Lauf der Zeit. Bauch? Das kommt mir nicht in den Sinn. Naja, wir starten einfach. Also schau, ich habe hier hinten für einen Timer aufgestellt. Ich habe den neu gefunden im Internet. Und ich finde das Bomben für das Video. Und so wüsst ihr gerade, wie weit wir sind und wie lange es noch geht, damit ich nicht die einzige Spiele oder der Timer mitbekomme. Und ich würde sagen, wir machen zuerst noch schnell ein Warm-up. So, wir nehmen eine Minute lang unsere Knie hoch. Und zwar ab jetzt. Also Knie hoch. Eben Schuhe anhängen oder Socken oder Arfe sind für das Training. Das spielt absolut keine Rolle. Wie ihr wollt. Und ich brauche eigentlich nichts ausser das Mettchen für dieses Workout. Ein bisschen Platz. So auf plus minus eine matte Grösse. Und dann kannst du schon losgehen. Schaut, dass ihr noch etwas zu trinken in der Nähe habt. Falls nicht, gehst du es schnell holen. Nein, nein. Und ich hoffe, ihr habt vorher etwas gegessen, das euch ein bisschen Energie gibt. Ich habe jetzt gerade noch zwei. Wir nehmen die Teiler. Die Bibelchen, die aber mit Haseln ausgefüllt sind. Super, ne? Ein Trainingsvideo, das uns schon mal essen geht. Also, wir haben noch drei Sekunden. Und, cool. So, sorry, es gab eine kurze Unterbrechung. Ich habe den Teiler ganz geschnallt. Und wir starten jetzt mit dem Spot. Ihr dürft tief absitzen. Und die Zehen dürft ihr leicht nach aussen rotieren, damit eure Knie nicht nach innen fallen. Ihr könnt auch gerade kommen, wenn ihr es schön machen könnt. Ihr könnt auch die Füsse ein wenig enger nehmen. Ich persönlich hatte mal einen Unfall. Und bin darum nicht mehr ganz so beweglich in dem Fussgelenk. Darum seht ihr mich immer eher ein bisschen breiter stehen bei den Squats. Das ist aber jedem selber überlassen. Sehr gut tief absitzen. Bauch anspannen. Gut. Wir gehen in die zweite Übung. Crunches. Ihr liegt hier unten. Ihr dürft die Füsse höher nehmen. Wenn euch das zu streng wird, dann absetzen. Von hier aus. Je weiter hinten das enthält, desto strenger. Je weiter vorne, desto einfacher. Und los. Wir kommen nach unten. Es ist eine kleine Bewegung. Genau. Bauch einziehen. Schauen, dass ihr den ausdrückt. Und gut ausschlaufen, wenn ihr hochkommt. Achtet darauf, dass ihr hier nicht mit Schwung hochkommt. Und es spielt auch keine Rolle, wenn es nur eine ganz kleine Bewegung ist. Weil wichtig ist, dass ihr immer Spannung auf dem Bauch habt. Sobald es schwierig wird, Hände vorne rein. Lieber mal einen Gang runterfahren und es schön machen. Wie einfach etwas durchdrucken. Gut. Dann gehen wir zu den Liegestützern. Und zwar, dürft ihr die auf den Knien oder auch auf den Füsse machen. Liegt schnell her. Hände neben die Brust. Und von hier aus schiebe euch hoch. Für die Anspannung. Tief kommen. Und wieder hoch. Ich mache einfach so viel, wie es geht auf den Füsse. Wenn ihr merkt, dass es von Anfang an geht. Kommen wir auf die Knie. Oder ich komme auch durchab auf den Füsse. Und durchauf auf die Knie. Für die Anspannung. Gehen. Die Schulterblätter richtig in die Hosensäcke heranziehen. Gut ausatmen. Beim Mund drücken. Gehen. Gut. Wir gehen wieder zu unseren Squats. Und zwar haben wir einen Squats, wo wir hier oben auf die Zeilenspitze gehen. So können wir die Bälle noch etwas aktivieren. Ihr könnt hier auch wieder, ich gehe schön, die Zeilen nach aussen. Relativ breit stehen. Und tief sitzen. Und tief sitzen. Und tief sitzen. Und tief sitzen. Genau. Achtet euch darauf, dass ihr hier oben das Gesäß aktivieren könnt. Fülle Backen richtig zusammenkommen. Genau. Und hoch musst du den Ballons halten. Oh, wieder tief. Super. Geht ja bestens. Und tief. Und tief. Und tief. Vielleicht manchmal das Bädchen ein bisschen. Wie es anfängt auf die Brennen. Sind wir uns meistens nicht so gewohnt. Gehen. Dann kommen wir für die nächste wieder am Boden. Wieder Bauch. Und zwar. Kommt ihr, wenn ihr jetzt oben seid. Mit dem Ellbogen. 1, 2, 3, 4. Dann wieder runter. Und los. 1, 2, 3, 4. Einfach immer den Oberschein berühren. 3, 4. Tief. Wir können nach rechts anfangen. 4. Schau, dass die Knie ruhig bleiben. Dabei. Wieder tief. Gut schlafen. Genau. Dran bleiben. Leise Bauch. Brennt. Für die nächste haben wir mit der Liegestütze nicht wahr. Ich habe das Gefühl, ihr verrutscht mir da ein bisschen. So. Und zwar. Kommen ihr in die Liegestützposition. Machen die Liegestütze. Und kommen nachher auf das Gesetze. Gut. Und wenn ihr mögt. Auf den Füssen. Auf den Füssen. Tief. Höch. Und. Nach hinten. Genau. Lassen wir euch die Seite. Ganz nach hinten. Auf den Knie. Seht es nachher einfach so aus. Den Abstand. Bitte nicht verändern. Genau. Schön nach hinten stossen. Eben. Eben. Eben sind nahe vom Körper. Und das Fülle ist angespannt. Und. Genau. Gut. Dann gehen wir wieder zu den Beinen. Ich habe mir hier alles aufgeschrieben. Und zwar machen wir Squat Jumps. Boden berühren und schaue oben. Genau. Gut. Und. Los. Genau. Probiert einen geradeen Rücken zu halten. Mit einem Fügel tief sitzen. Und nicht so etwas machen. Sondern wirklich tief. Ohne Ruhe. Genau. Kräfte einteilen. Das sind gleich 40 Sekunden. Genau. Einteilen. Drableiben. Ohne Pause. Huh. 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 Bauch. Wir kommen jetzt dann. Einmal mit dem Oberkörperruhen. Und einmal mit den Beinen. Seht es so? Beinruhen. Tief. Oberkörper. Tief. Huh. Und. Huh. Tief. Oberkörper. Tief. Uh. Gehen. Wir arbeiten über den Bauch. Hier. Genau. Nicht einfach nur die Beine umziehen. Über die Kraft des Beines. Sondern wirklich über den Bauch. Und. Ahoy. Oh. Erst 7 Minuten. Es geht noch lange. Wie lange? Muuu. Noch 23 Minuten. Wolltest du mitmachen? Nein. 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 Wir gehen in die Kommandos. Mein Kommando ist Duschi. Und zwar gehen wir von der Liegenschutzposition. Aber im Plank. Und wieder hoch. Gehen. Und. Ich könnte das Ganze auch auf den Knie machen. Völlig euch überlassen. Einfach gut atmen. Und möglichst keine Bewegung in den Hüften. Genau. Gut atmen. Mit den Händen. Daher kamen, wo vorher die Elbe gewesen sind. Sehr gut. Das könnt ihr den Bauch auch ein wenig spüren, wenn ihr es in Richtung macht. Dann. Oh, schlimme, schlimme. Das könnt ihr die Squat Jumps wie vorher. Aber wir nehmen die Fersen als Gesessen. Wenn ihr nicht mehr mögt, macht ihr ganz normal. Gut. Also. Wir kommen tief. Und. Genau. Richtig. Als Gesessen. Noch nicht schwer. Einfach in eurem Tempo. Könnt ihr ein wenig längsamer machen. Könnt ihr es auch schneller machen. Ich baue dich. Und noch nicht. Genau, das könnt ihr es auch noch maleren. Und da. Wie viele Jahre. Auch ich hatte. Warum soll ich das? Woher das? Was man das sehen? Wie viele Jahre. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich war auch schon fitter. Wir gehen ins 90 Grad Faltmesser, Ellbögen zu den Knie. Und zusammen tief. Haltet die Spannung auf dem Bauch und auch wieder die Beine. Also hier nicht ganz absetzen, sondern nur schnell mit den Fersen berühren. Gehen. Schnurren. Super. Kommen, Ellbögen berühren die Knie. Keine halbe Sachen. Können den Rücken am Boden an. So. Gehen. Gut. Wir kommen wieder in die Linie stützen. Diesmal versetzt. Das heisst, ihr legt wieder hin. Hände nehmt die Brust. Druckt eure Muen. Jetzt nehmt ihr aber die eine Hand. Fünf Sand in die Fülle. Die anderen fünf Sand in die Fülle. Gut. Und auf. Ich komme tief. Wir machen gleich drei auf dieser Seite. Und wechseln. Drei auf der anderen. Genau. Ich probiere eine schöne Ausführung zu machen. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich weiss es. Vor allem auf der einen Seite. Nehmen wir eine. Gut. Wir wechseln. Und noch eine. Gut. Dann sind wir wieder über den Beinen. Noch eine Gumpen. Ich mache immer meine Trainingspläne gegen den Schluss schlimmer. Falls ihr euch gefragt habt, ob es sich noch so anfühlt. Nein. Es ist so. Wir machen einen Squat. Kommen zur Seite. Und wieder. Achtung tief. Und hochkommen. Seite. Tief. Und. Genau. Kommen wieder richtig weit rüber. Kommt. Volle Energie in den Jumping. Wir machen jetzt. Wir versuchen jetzt die ganze Mäcke auszuzutzen. Gerade rücken. Bauch anspannen. Gut. 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 Genau. Gut. 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 Bis zum Ende. Gute. Und noch. Probiere, dass ihr möglichst aus dem Bauch heraus arbeitet. Ganz vorne, wenn es zu schwierig ist, könnt ihr die Füsse nahe verheben. Dann noch 10 Sekunden. Letzter Paar. Und wir können in die letzte. Die Rezeps liegen stützen. Wir kommen vorne und machen das Dreieck. Die Hände am Boden. Und nichts anderes. Nicht bewegen. Können auf die Knie kommen. Das ist wirklich schwierig. Wir kommen tief und hoch. Probiert, das Fülle unten zu lassen. Nicht gut drücken. Genau. Super. Gut schlafen. Nachher kommt wieder ein einfacherer Teil. Jetzt kommt wieder der Anfang. Und die Brust soll jetzt genau auf den Dreieck gehen. Erben. Näher den Körper anführen. Wir haben es gerade. Gut. Wir gehen wieder in die normalen Kniebeugen. Und zwar. Die, wo nichts dazu kommt. Könnt ihr euch das vorstellen? Die ganz einfachen. Gut. Das heißt, die erste vierte Stunde haben wir schon geschafft. Easy. Schaffen wir die zweite auch. Jetzt wissen wir, was wir jetzt machen haben. Wir gehen zur nächsten Montage. Genau. Wir können durchziehen. Jetzt ist die letzte. Schon die letzte. Also es geht nicht mehr so lange. Warum? Einfach. Ja. bloß. Müssen wir's jetzt nicht mehr machen. Also von jeder Übung noch schön verabschieden. Und dann haben wir sie. Gut. Wir gehen in die normalen Crunches. Bein uhr. Und es ist gut möglich, dass es nicht mehr so einfach geht wie am Anfang. Völlig ok. Einfach gut atmen. Und nicht würgen. Am Körper seine Grenze akzeptieren. Genau. Es sind noch 10 Sekunden. Genau. Wir kommen in die Liege zu schützen. Die normalen können wie vorher auch auf die Füße oder auf die Knie. Ich mache immer lieber auf den Knie, weil ich es schöner auf den Knie mache. Und das ist so etwas, da dürft ihr euch das Ego einfach nicht mitspielen lassen. Also wenn ihr auf den Knie viel schöner Ausführung macht, dann bleibt ihr bitte auch auf den Knie. Oder eben wie vorher gesagt, Füße, Knie, Füße, Knie. So lernen wir dann auch irgendwann die auf den Füßen machen. Gut. Gut schnauben. V.a. bei Muco. Gut. Gut schnauben. V.a. bei Muco. Genau. Gut. Wir kommen wieder ins Squat. Mit der Zehenspitze. Nochmals Watt aktivieren. Gut. Und in Position finden. Übrigens ist es immer einfacher, wenn ihr die Hände vorne nehmen, um tiefer zu squatten. Weil ihr so eine bessere Balance habt. Oh, hey. Oh, er hat schon angefangen. Ich habe nicht mehr verpasst. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe auch etwas zu laut gesträtzt. Genau. Höhen. Oh mein Gott. Super. Hier oben. Vöre Musik. Zusammenkommen. Und ganz aufstehen. Machen wir mal gross. Gut. Dann nehmen wir wieder Huch. Ähm. Da muss man immer viermal den Oberschenkel machen. Und los. Eins. Oh. Stopp. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Ich denke, es ist sehr streng. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ganz eine kleine Bewegung. Wenn es nicht geht, knie nach vorne. Ziehen wir rein. Es sind noch 10 Sekunden. Können wir dranbleiben. Blüfen. Liegen schützen. Und zwar die, die wir hinten auf die Kerse sitzen. Tief einschnauben. Machen wir uns bereit. Und los. Tief und nach hinten. Probiert, dass ihr hier im Fluss seid und nicht anhalten. Wir sind in ständiger Bewegung. Wir sind in den Fluss, oder? Knie. Schön. Und in. Draben. Oh Mann! Ich habe mich in den Kopf. Oh oh! Möchtest du auch mit der Nächsten weitermachen? Wo sind wir, wo sind wir? Dance Squats. Boden berühren. Nein, sonst zueinander. Gut. Aber, ihr habt ja das schon gesehen, also fügen wir uns dem, passen wir uns an. Gut. Super. Wir haben die Witschmoven. Wir haben die Hälfte. Dann haben wir die Crunches. Immer. Und dann haben wir die Oberkörper. Und dann haben wir die Oberkörper. Gut. Weiter. Und hoch, tief, hoch, tief. Genau. Wir können die Schafe über den Bauch. Genau. Und rüber. Wir können die Hände auch vorne nehmen. Völlig reu über an. Macht übrigens auch nichts, wenn es etwas knackst in der Hüfte. Das macht mich auch ständig. Solange es auch nicht weh tut, ist es überhaupt kein Problem. Höher. Gut. Wir kommen in die Kommandos. Es sind nur noch gute sieben Minuten. Wir werden es geschafft. Löcke. Sag ich euch Löcke. Gut. Äh. Gut. Fangen wir schon auf die Füsse. Und. Jetzt kommen wir auf die Unterarme. Und wieder ruhig. Das macht passiv nicht. Gesäss, Hüfte, keine Bewegung. Probiert den Bauch anzuspannen. Das ist ein Sinn, wenn es brett. Genau. Durchziehen. Gut. Dann haben wir Trump Squats. Mit dem Pferd an das Gesäß zu erinnern. Oh mein Gott. Gut. 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 Und los. Tief. Und hoch. Genau. Seht ihr? Wenn mich der Sonnenuntergang anstrahlt. Ich sehe es nicht. Und los. Und los. Und los. Und los. Seht ihr zusammen. Ganz hoch. Noch drei. Zwei. Eins. Gut. 90 Grad Klappmesser. Tief kommen. Knie. Und ihr Bogen zählen. Also. Tiefen. and drei. Und los. Tiefen. 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 Go ahead. Also, Urschlugen machen. Nach 15. Genau. 3, 2, 1. Gut. Liegenschütze mit den Händen versetzt, sind die mit den einen höheren und anderen tieferen. Und los! Wir machen wieder 3 pro Seite, 1,5 Stunden. So, nein, ich würde mich voll anspannen. Kommt! Ihr seht hässlich raus, aber ihr habt viel mehr davon. So habt ihr den Bauch angespannt. Noch ein bisschen Fügel-Training. Genau. Seht ihr diesen orange Strich über mir? Da ist der Sonneuntergang. Ich kann es auch nicht glauben. 3, 2, 1, good. Hey, nehmt die letzten Beine. Die mit den Gympen. Und nachher noch Scheibenwüscher und Trizeps. Das schaffen wir. Miteinander schaffen wir das. Wir kommen weit rüber. 2, 1, good. Und. Seite. Seite. Genau. Ihr müsst euch selber ein bisschen rausfordern. Ganz über. Genau. Ein bisschen. Es sind lange 40 Sekunden. Gut. Dann zwei. Schiebenwüscher. Gut. Links und rechts. Fuss berühren. 3, 2, 1. Und los. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Wünschen. Ich bin. Genau so. Probiert den Nacken möglichst entspannen. Und mit dem Brustkorb schaffen. Also habt ihr da ein Halmdörgerchen. Und einen so richtig zusammenpressen. Jetzt sind noch 10 Sekunden. Dranheben. 3, 2, 1. Gut. Die allerletzte. Die Trizeps. Die mit dem Dreieck. Wir können auf die Knie kommen. Fülle nach vorne. Die Brust kommt direkt auf das Dreieck. 3, 2, 1. Und los. Tief. Kommen wir drüber. Ich weiss, es ist gemein. Als letzte Übung. Gena. Probiert den Nacken nicht anblicken. Ein bisschen anspannen. Oh mein Gott. Er zittert. Das weiss. Und wir schaffen es zusammen. Oh. Noch 10 Sekunden. Oh. Noch 10 Sekunden. Durchbeissen. 3, 2, 1. Wow. Schafft. Gut gemacht. Hey. 30 Sekunden lang. Oh. Haben wir alles gegeben. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen warm bekommen. Ich habe recht warm. Mega cool habt ihr mitgemacht. Wir hatten jetzt mit Warm-up 33 Minuten. Und ich finde, es war ein gutes Training. Wenn es euch noch zu wenig war, dürft ihr das Training natürlich auch nochmal wiederholen. Und ihr dürft aber auch sehr, sehr stolz sein, wenn ihr das jetzt schon geschafft habt. Also. Danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und Tschüss. Nes in觉bere 짜igt. Vielen Dank.